servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es steht fest wann patch 10.2.7 rauskommt es steht fest wann das mist of pandaria event rauskommt das wollen wir uns in diesem video anschauen also wir legen auch gleich los mit zwei sachen vorher noch einmal wenn ihr mich unterstützen wollt sehr gerne den kanal abonnieren falls noch nicht geschehen dann am wochenende gab es für meinen drachenreit dynamisches fliegen video relativ viele kritik was auch vollkommen in ordnung ist ich weiß viele von euch mögen dieses system ich mag es nicht und ich stehe auch zu meiner meinung egal wie viel kritik ich dafür abbekommen habe aber noch mal zu dem thema die heutigen youtuber die lesen ja nur vor und machen nichts und sonst was und so weiter und so fort bei so meldungen wie hier bleibt mir nichts anderes übrig als sachen vorzulesen weil es im spiel einfach nichts zu zeigen gibt und bei sachen wie zeigt das doch selber in der beta oder auf dem ptr kann ich sagen checkt meinen zweitkanal aus g6 plus da findet ihr jede menge alpha gameplay material und da testen wir funktionen auch selber aus das ganze hier ist ein reiner news kanal und klar könnte ich die ganze geschichte aufwendiger schneiden den punkt sehe ich aber was man nicht vergessen darf dieser ganze youtube kanal ist neben projekt youtube lohnt sich von jahr zu jahr weniger aktuell würde ich wahrscheinlich mehr machen wenn ich acht stunden pfandflaschen sammeln gehe bisschen übertrieben aber es ist dieses jahr echt richtig richtig schlecht mit youtube weil die jedes jahr die creator immer immer weiter runterfahren und ich bin selbstständig ich habe sehr viel arbeit nebenbei ich mache dieses projekt gerne ich mache es von herzen weil ich ww mag auch wenn ich sehr viel kritisiere aber man muss dabei sagen ich würde selber gerne auch aufwendigere sachen schneiden aber ich habe einfach keine zeit dafür und dementsprechend das konzept war schon immer news schnell und einfach rüber zu bringen und solange sich nichts ändern an der situation ich könnte nicht mal ansatzweise von youtube leben wird sich daran auch nichts ändern und dementsprechend das wollte ich nur noch mal betont haben eben das nicht gefällt tut mir leid aber ich werde so schnell daran nichts ändern können wir legen also los bezüglich dem patch 10.2.7 dark heart das ganze kommt am 7 mai wobei man da jetzt halt wieder einschränken muss bei uns das ist es der achte mai das ist wieder das datum für die us-spieler wir bekommen damit dieses mist of pandaria event dazu kommen wir gleich ähm questlines für draenai und trolle für ihre heritage armor also ihre traditionsrüstung neue haarfarben für kul tirana ihr bekommt ähm maximum level characters will gain access to all dragon flight regardless of renown and more und es wird diese ähm harbinger quests geben wo es sich wohl ein bisschen um xalatath dreht also da ist nochmal ein bisschen content drinne und dann das mist of pandaria time running world of warcraft remix mist of pandaria erscheint eine woche später und zwar am 16 heißt bei uns dann am 17 mai dann könnt ihr damit loslegen wieso weshalb warum sie das jetzt gemacht haben keine ahnung wobei hier steht launched globally also es ist doch der 16 mai siehst du hätte ich mal auf meinen zettel geguckt hätte ich das auch gemerkt ähm warum es eine woche später kommt keine ahnung alles in allem aber sieht dieses ähm world of warcraft remix echt ganz cool aus ich habe auf jeden fall bock drauf und wer da auch bock drauf hat der äh weiß jetzt wann er sich vielleicht ein zwei tage freinehmen sollte um da los zu starten was es da alles zu tun gibt haben wir schon zur genüge in den videos erklärt ich versuche daran zu denken hier an dieser stelle eins einzubinden und ich würde sagen damit danke fürs zusehen viel spaß mit dem patch und bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten video haben wir gehen bis zum nächsten Video